so herzlich willkommen auf unserem kanal heute geht es mal wieder um unseren schönen g21 ein bisschen farbe angezogen damit es nicht mal ganz so blau und schwarz wirkt ich hoffe kommt ganz gut an nein spaß beiseite also heute geht es um g21 eine kurze nachrüstung zeigen die auch nicht so teuer ist und die viele gebraucht waren käufer aber auch neue waren käufer vielleicht interessant sein kann weil sie ist mehr oder weniger plug and play man kann es fast schon selbst machen wenn man sich zutraut den innenraum zu verkleiden die verkleidung abzubauen es geht nämlich um das thema garagentoröffner viele haben von euch ein elektrisches tor mittlerweile zu hause und so weiter und so fort aber fakt ist dass das ganze natürlich ja oftmals nicht mit verbaut ist und bei den neuen wagen auch relativ teuer ist ist mir aber eine kleine lücke aufgefallen im bmw teile katalog ein neuer innenspiegel egal ob elektrisch abblendend oder normal oder mit led oder ohne mit kompass ohne und so weiter liegt in der regel so bei ca 600 bis 650 euro so jetzt kommt wenn man aber einen elektrischen voröffner haben möchte und den nachrüsten möchte gibt es denn im teile katalog für unter 200 euro also ich will jetzt keine genauen preise sagen wir die variieren aber ich sag mal so um die 150 160 euro liegen die mittlerweile kann ein bisschen runter bisschen hoch gehen und zudem sieht es noch ziemlich sexy aus weil der spiegel im vergleich zu dem der bei mir zumindest verbaut ist rahmenlos ist also auch noch mal ein zweites feature braucht natürlich nur der einen garagentoröffner hat oder der einfach diesen neuen spiegel haben ohne rahmen aber ich finde den ganz gut ich zeige euch denn mal ich drehe mal die kamera um so sieht das ganze hier aus sie schon mal ausgepackt und dann seht ihr schön eine rahmenlosen spiegel mit led und ja hier haben wir drei tasten also für bis zu drei garagentore die wir hier verbauen können natürlich elektrisch abblendend und so weiter ja und hier im direkten vergleich einfach mal hier seht ihr das schön rahmenlos zeige ich euch mal eben wacker wie das aussieht was jetzt ab werk drin ist weiß ist noch nicht alles fertig aber sieht man ganz gut hier haben wir halt noch diese alte version mit den rahmen drumherum ich denke man kann das ganz gut erkennen und ohne funktion und das geht relativ easy wir müssen die verkleidung hier abbauen den alten spiegel entfernen und dann sollte es das schon gewesen sein ich fange an so das war es schon ist also wirklich relativ easy wenn man sich dazu traut einmal kräftig dran ziehen verkleidung ab jetzt zeige ich euch das mal im direkten vergleich also wie gesagt es gibt in erster linie um um die funktion aber so rein optisch ist der rahmenlose hatte ich auch noch ein bisschen schicker von daher euch die jetzt eben becker ein so und schon wieder drin verkleidung ist wieder dran alles so wie soll ich sag ja kurze nachrüstung für zwischendurch gleich noch mal die funktion testen abends eine runde drehen und dann sollte das ganze auch wieder funktionieren ja wie gesagt ist so eine kurze nachrüstung für zwischendurch deswegen auch ein kleines video noch dazu falls ihr interesse dazu habt einfach kurz bei uns melden ja ich sage danke fürs zuschauen dann lasst gerne mal ein abo da bis zum nächsten mal macht's gut euer team von markt bekommen